Bezaubernd sieht sie aus. Herzogin Kate präsentiert sich bei den The Fostering Excellence Awards in London in einem eleganten kobaltblauen Kleid. Weniger elegant war jedoch eine kleine Geste, die kurz nach der Ankunft der hübschen 33-Jährigen folgte. Im schwarzen Van wird Kate vorgefahren, steigt aus und begrüßt Kevin Williams, den Geschäftsführer des Fostering-Netzwerkes und dann ein Griff an den Po. Das schicke Kleid scheint irgendwie nicht so richtig zu sitzen, denn Kate greift immer wieder nach hinten, um das Kleidungsstück zu richten. Na, sowas macht aber doch eine Dame aus anständigem Hause nicht. Beim nächsten öffentlichen Auftritt wird die Herzogin ihr Kleidungsstück dann wohl vorher ausgiebig auf Bequemlichkeit überprüfen, damit ihr so ein kleines Missgeschick nicht noch einmal passiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017